Ich versuchte, ich würde sie alle töten. Ich versuchte, ich würde das fixieren. Ich könnte sie jetzt raus holen. Ich kenne sie nicht. Sie alle wussten die Risiken. Aber ich werde sie verbrechen lassen. Cain, was wird es sein? Ich kann es nicht glauben. Cain, komm in! Kannst du mich hören? Ja und herzlich willkommen zurück zu Cain Lynch, Dead Man. Cain, komm in! Cain! Cain, du glaubst nicht, ich habe mich entschieden, doch nochmal das andere Ende anzuschauen. Ich stelle es halt zu meiner Entscheidung vom ersten Ende. Also, wir hauen ab mit der Tochter. Aber diesmal gehe ich hier rechts lang. Nicht mehr. Cain? Lynch? Cabos, das ist Riffik. Riffik, ich komme um dich raus. Wer ist mit dir? Cain, es ist kein Problem. Sie können dich nicht hören. Cain, das ist Riffik. Wir sind hier unten. Sie können uns hören. Fuck. Ich kann es nicht glauben, dass wir diese Scheine kommen. Es wird uns verbrechen. Cain! Wir brauchen dich hier unten, jetzt! Der Mann ist nicht gekommen. Cain, du fucking Traitor. Du kommst nicht mit dir. 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 Bleib neben mir. Wir müssen sie rausziehen. Cain, das ist wirklich falsch. Halt auf! Ich werde das fixieren. Sie wird alles gut. Bleib neben mir. Bleib neben mir. Keine Hilfe! Aber schau dich, wenn du musst. Wahrscheinlich wird Jenny hier sterben. Wir werden das zu retten, die hier rausziehen. Wie die Flamme schreit. Du kommst nicht mit dir. Wir werden das zu retten. Sie werden sterben, wenn wir schnell gehen. Ich weiß. Aber wir können nicht nur durch diese Flamme zu retten. Warte, die folgen uns jetzt einfach. Oh, shit. Wo ist Jenny? Da. Es mies, dass sie sich beim Gras verstecken. Was? Oh, shit, 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 shit. We don't want to give her more than one. Calm down, he's too small. I'm bleeding. Fuck. Got me shot. Don't worry. You'll be fine. What? Fuck you. You will never get away from me. Is he now? Just a minor war. Don't panic. Just stay close to me. I'll make sure it doesn't happen again. I'll never get away from here. Ja, also, es gibt ja zwar kein Lynch 2, und daher wird Cain und auch Lynch wahrscheinlich sterben. Aber wie gesagt, es könnte gut sein, dass Jenny hier stirbt. I think Jenny is in trouble. Jenny, are you okay? I don't know. I'm still bleeding a lot. It's hard to know. We'll just try and keep up. We're almost there. Don't shoot. It's me. Hey, Cain? Where the fuck have you been? We lost your signal. We didn't know. You didn't know. Cain, I heard you. I don't give a fuck about the men. Just shut that thing off and drive. Shelley, I had to get my daughter. Doesn't matter. You're gonna die here too. Hmm. We got here, didn't we? So you showed some fucking gratitude. You idiot. We're fucking trapped here for fucking sake. Stay trapped then. There's some boats at the pier. Hey! Ah shit, die rollt halt runter vom Out weg. Okay, Cainny's da hinten. Hmm. oh Fuck, das wird echt halb schwer. Man merkt hier, dass das Spiel ein bisschen alt ist. Manchmal bei gewissen Entfernungen, die Leute gar nicht richtig laden. Nix machen. Get to the boats. Eigentlich doch lieber die Waffe hier mitnehmen. Die ist ein bisschen besser. Komm her. Komm her. Das ist fernig. Wir müssen schnell. Get in cover. Fuck, 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 fuck. Gib mir doch den Waffe. Alter! Sie muss, sie muss das schaffen, sonst ist das alles Hilfe nix. Oh shit, aber ich will es nicht schaffen. Jenny, halt durch! Ich brauche Muniz hier unten. Keine Zeit, das ist wahrscheinlich die oberste Grenze. Die sind jetzt tot, ich glaube es. Ja, sieht so aus. Wir haben echt starke Waffen. Ich will jetzt hier das Leben schwer machen. Alter. Ich brauche ihn! Over da! Ich brauche ihn! Ich brauche ihn! Ich brauche den. Ich brauche sie. Ich brauche ihn. Hier. Ja, ja. Hier geht's! Warte, ich komme sie jetzt von hinten. Ich komme! Cain! Ihr Jenny ist da! Shit! Cain! Sie ist tot! Never! Oh shit! Hätte ich ihn aufhalten müssen, wahrscheinlich. Okay, doch nicht. Oh shit! Okay, ein Linge ist getroffen. Bestimmt. Wenn sie nicht schon tot ist. Okay, das sieht weird aus. Aber ich glaube, die ist dead. Ja. Gut. Das war nun also das andere Ende von Ken Lynch, Dead Man. Ich habe es geahnt, dass Jenny hier sterben wird. Also eigentlich ist eben doch meine erste Auswahl besser. Denn wir haben wenigstens Jenny gerettet. Auch wenn halt ihre Mutter tot ist. Wegen uns. Aber wenigstens lebt Jenny noch weiter. Zumindest für das Ende des ersten Teils. Wer weiss, wie es im zweiten Teil aussieht. Und jetzt hier in diesem Ende. Ja. Lynch ist angeschossen. Jenny ist dead. Eigentlich war das jetzt also wirklich hier das schlechtere Ende, würde ich sagen. Und von daher würde ich auch wieder sagen, trotzdem vielen Dank hier fürs Zuschauen. Bei der anderen Variante von Ken Lynch, Dead Man. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es eben heisst Ken Lynch 2. Oder bei einem anderen Let's Play hier auf meinem Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020